Eine neue Folge XXL vs Mini. In dieser Variante seht ihr ein XXL Traktor vs. ein Mini Traktor. Findet heraus, was ich mit diesem Mini Traktor anstellen werde und was ich mit diesem XXL Traktor anstellen werde. Oh mein Gott, ich werde wohl die ganze Stadt hier niedermähen. Ist es überhaupt möglich mit so einem riesigen XXL Traktor nun mal zu fahren? Oh mein Gott, ich glaube ich werde einfach die ganzen Inseln niederfahren. Wenn ihr das heraus schaut, schaut das Video bis zum Ende um zu sehen, was ich mit diesem komischen riesigen XXL Traktor alles anstellen werde. Viel Spaß beim Schauen. Herzlich Willkommen wieder zurück zu Robby Live, meine Freunde. Hey, hier ist Benner wieder am Start. Was geht ab, Leute? So, ey, was geht neu? Eine neue Folge XXL vs Mini. Und zwar, ihr seht schon, ich bin hier richtig mit dem Traktor tatsächlich. Hier ist ein Mini Traktor, wie ihr sehen könnt. So ein kleiner Spielzeugtraktor. Guck mal, er ist nicht mehr so groß wie ich, okay? Und neben mir, guck mal, da ist ein normaler Traktor. Oh mein Gott, und ihr seht es schon. Alter, das ist ein XXL Traktor. Alter, alter, alter. Alter, guck dir das an. Guck dir das an, wie riesig der ist. Oh mein Gott, oh ho ho. Damit werden wir heute auf jeden Fall sehr viel Spaß haben. Ich sag's euch. Alter, bin ich mal gespannt, was der drauf hat. Dieser XX, alter, der ist so riesig wie die ganze Farm hier. Guck mal, oh mein Gott, fast so groß wie die ganze Insel. Also ich bin mal auf jeden Fall gespannt, was der drauf haben wird. Beziehungsweise wir fangen wieder mit dem kleinen an hier, mit dem Mini-Spielzeugtraktor. Guck mal, wie süß der ist. Der ist einfach so putzig. Okay, also Leute, legen wir direkt los. So, das wird auf jeden Fall eine Menge Spaß heute. So, also, probieren wir den kleinen Mini-Traktor aus. Bin mal gespannt, wie der sich so fährt. Und natürlich nicht vergessen, Leute, nicht vergessen, jetzt zu abonnieren. Falls euch das Video gefallen hat, auf jeden Fall abonnieren, Leute. Okay, Leute, dann fangen wir direkt an mit dem Mini-Traktor. So, okay, Alter, ich bin gespannt. Oh Gott, guckt euch das an, wie riesig der ist. Ah, der ist so süß. Okay, guck mal, Alter. Oh, der fährt aber flott, auf jeden Fall. Oh, guck mal, der ist einfach so groß wie die Kuh. Der ist aber kleiner, kleiner als die Kuh, der Traktor. Oh Gott, wie soll ich da hin mit irgendwas hier auf dem Farm machen? Oh Gott, die Heuballen reichen die damit. Oh mein Gott, ich kann die Heuballen wenigstens wegcraschen. Alter, das geht. Oh, ich kann hier unter einem Riesentraktor durchfahren. Oha, oha. Oh, ich probiere mal direkt mal eine Kuh anzustoßen. Mal gucken, ob das mit dem Kleinen funktioniert. Und vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Und zack, oh, das funktioniert. Oh, die Arme Kuh. Oh nein, oh nein, tut mir leid. Es funktioniert auf jeden Fall. Oh, Junge, Alter. Oh, zack, Alter. Ui, da fliegt die Kuh wieder weg. Sehr nice, sehr nice. Alter, alter, alter. Der kleine Traktor hat auf jeden Fall einiges drauf. Also macht schon Bock, mit dem Kleinen hier rumzufahren. Oh, alter, alter. Bam, die ganzen Heuballen hier. Bisschen zerschreddern. So, oh. Oh, krass, wie viele, wie viele Kühe da hier draußen sind. Das ist auf jeden Fall ein nicer kleiner Traktor. Ist auf jeden Fall richtig cool. Der ist richtig winzig. Guck mal, ist so groß wie der Quad hier. Oh Gott, alter. Der kleine Traktor hat auf jeden Fall einiges drauf hier. Dem kann man so, zack, und richtig schnell wenden. Guck mal, oh, das war mal, oh, hart. Der hat auf jeden Fall einen richtig kleinen Wendekreis. Und dem geht es wunderbar. Also den kommt man auf jeden Fall gut voran. Oh, mal gucken, was andere. Was passiert, wenn ich mit dem einen Crash mache? Oh, den anderen armen Bombele ich hier von der Fahrbahn abbringe. Und, oh, der ist aber nicht, guck mal, der ist nicht so schnell. Ich bin nicht so schnell. Oh, oh, oh nein. Ich wollte den crashen. Das ist gar nicht so leicht, den einzuholen. Jetzt haben wir uns verhackt. Oh nein, oh nein. Wir haben uns verhackt. Alter. Oh, oh, oh. Alter, diese kleinen Wombies hier. Alter, alter, alter. Bleib stehen. Ich will doch nur meinen Traktor zeigen. Guck mal, mein Traktor. Oh, der kann richtig gut driften. Bam, alter. Der kleine Traktor kann auf jeden Fall richtig gut driften. Muss man... Oha, oha. Muss man schon sagen? Also im Driften ist der kleine Traktor auf jeden Fall richtig gut. Ich kann so richtig nice... Oh, 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 oh. Ohne, ohne sogar auf die Bremse zu drücken. Wenn ich ein bisschen auf die Bremse drücke, dann driftet er richtig gut, ey. Ist so cool. Auf jeden Fall. Alter. Oh nein. Oh nein, was habe ich getan? Oh nein, der Traktor. Er brennt. Oh no, oh no, Leute. Der Traktor brennt. Oh no, ich muss mich in Sicherheit bringen. Der Traktor. Der Mini-Traktor brennt. Hilfe. Hilfe. Oh, schnell weg. Ich muss... Ich muss immer schnell den Traktor wechseln. Wechseln wir schnell auf den normalen Traktor. So, okay, Leute, wir sehen uns gleich. Oh Gott, Leute. Oh Gott, oh Gott. Alter, ich muss... Oh Gott, er darf nicht explodieren. Der kleine Traktor sollte nicht explodieren. Alter, Alter. Oh nein, oh nein, oh nein. Gar nicht gut, gar nicht gut. Oh, was macht die Kuh da? Erstmal Traktor hier in Ruhe. So. Okay, Leute, das war auf jeden Fall der kleine Traktor. Oh mein Gott, ich werde verfolgt. Ein Taxi. Oh mein Gott, was macht der Taxifahrer? Alter, der ist richtig sauer auf mich. Was habe ich hier gemacht? Alter, der schießt aber die Kühe hier weg. Man hat die Kuh weggeschossen, jetzt fährt er weiter. Das wäre nichts gewesen. Was ist mit dem los, ey? Okay, so. Also Leute, okay, kommen wir mal zurück zu den Traktoren hier. Alter. Okay, also das war auf jeden Fall der Mini-Traktor. So, ein kleiner süßer Traktor auf jeden Fall. Macht auf jeden Fall Bock. So, jetzt kommen wir zum Größeren. Das ist nicht ganz der Normale. Der ist ein bisschen größer als der Normale, wie ihr sehen könnt. Guckt mal, ich steige mal ein. Oh Gott, guckt euch das an. Der ist ein bisschen größer als der Normale. Oh Gott, ich kann nicht mal das Lenkrad greifen. Ein bisschen zu klein oder der Traktor ist ein bisschen zu groß, würde ich ja sagen. So, und da natürlich der riesige XXL-Traktor. Alter, darauf bin ich am meisten gespannt. So, okay, wir schauen auf jeden Fall mal rein, was der auf jeden Fall kann. Ein bisschen größerer Traktor. Guck mal, der ist auf jeden Fall größer als die normalen Autos. Wir fahren mal. Oh Gott. Zack. Alter, Alter, Alter. Mal gucken, wie viel Wucht der hat. Der ist aber ein bisschen... Wurka. Guck mal. Bam. Alter. Damit kann man auf jeden Fall die Autos wegcraschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Oh, ich kann mal probieren, ob ich damit überhaupt arbeiten kann. Ob ich damit Dings anschließen kann. Mein Flug hier quasi. Ob ich damit das Feld hier machen kann. Oh Gott. Das müssen wir auf jeden Fall auch ausprobieren, Leute. Mit dem Kleinen habe ich das leider gar nicht ausprobiert. Ich will auf jeden Fall auch nochmal gucken, ob das Wucht funktioniert. Da bin ich mir gar nicht sicher. So, ein bisschen hier hin. Ja, es funktioniert. Guck mal. Es funktioniert. Der Flug hängt dran. Okay. Okay. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das überhaupt funktioniert. Also es ist auf jeden Fall krass, dass das funktioniert. Man kann den Flug hier dran machen. Oh Gott. Alter. Der Flug. Alter. Was passiert da? Oh nein. Oh nein. Weet. Alter, man kann aber auch puten mit dem bremsen. Beziehungsweise driften, ne? Das funktioniert auf jeden Fall nicht schlecht. Nicht schlecht. So, jetzt will ich aber auf jeden Fall sehen, wie kommt der Traktor gegen die Autos hier an. Alter. So, weil der ist ja auf jeden Fall größer hier. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Karambolage. Hier. Platz da rein. Oh, die haben. Die haben Wobbys. Alle weg da. Weg da. Platz da. Oh, die arme Kuh. Oh nein. In diesem riesigen Traktor ist gar nichts gleich, um zu fahren. Oh nein. Er brennt wieder. Er brennt wieder. Oh nein. Das heißt, es ist wieder Zeit. Oh Gott. Es ist wieder Zeit, zurückzufahren. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Oh Gott. Wenn es brennt, heißt es wieder. Oh Gott, da ist ein anderer Traktor. Traktor gegen Traktor. Alter, guckt euch das an. Da seht ihr es, Leute. Traktor gegen Traktor. Oh Gott. Ich habe einen größeren Traktor. Platz da. Nein, lass mich durch. Hilfe. Ich habe den größten Traktor hier auf dieser Farm. Lass mich vorbei. Wer hat den größten Traktor? Darum streiten sich hier die ganzen Farmer. Die ganzen Bauern hier. Oh Gott. Nein, nein, nein. Vorsicht, Vorsicht. Lass mich durch. Oh, hart. Die Hupe. Ist cool von dem Traktor. Die Hupe. So, okay. Auf jeden Fall bringen wir den kleinen Traktor hier wieder zurück. Der brennt auf jeden Fall schon. Oh Gott. Kein gutes Zeichen. Der arme Kuh. Die Kuh. Oh Gott. Ich fahre die Kuh. Oh mein Gott. Der arme Kuh. Nein. Der Traktorfahrer ist aggressiv geworden. Tu ich das an? Der will sich mit mir anlegen. Bist du Stress oder was? Guck mal, der will Stress. Ich glaube, wir müssen den wegboxen. Bin ich nicht voll, Alter. Fahr weiter. Was siehst du hier? War am, Alter. Weg da mit dir. Das ist mein Land hier. Weg mit deinen Traktor. Verzieh dich. Das ist mein Land. Weg da. Hab ich gesagt. So, Alter. Der will einfach nicht. Guck dir das an. Der ist richtig stur. Ich lasse meinen Traktor hier. So. Oh Gott. Jetzt machen wir Schlägerei. Komm raus. Komm raus. Trau dich. Trau dich. Weg da. Jawohl. Das ist jetzt mein Traktor. So, das hast du jetzt davon. Ich bring dich weg. So. Oh Gott. Jetzt haben wir den entsorgt. Das hast du davon gehabt. Jetzt so. Traktor versus Traktor. Guck mal, das ist jetzt auf jeden Fall der normale Traktor. Jetzt haben wir den auch auf jeden Fall hier uns besorgt. Der brennt auch schon. Perfekter Zustand. Bei mir brennen alle Traktoren, Leute. So. Ich will nur kurz einmal schauen, wie das aussieht. Wenn ich das Ding hier, den Flug quasi in den kleinen Traktor anschließe. Mal gucken, wie das aussieht, Leute. So. Oh Gott. Oh mein Gott. Was ist passiert? Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Hilfe. Hilfe. Mein Traktor macht Breakdance. Er macht Breakdance. Alter. Keine Sorge. Die Traktoren brennen. Das ist völlig normal hier auf Benz Farben. Oh Gott. So. Lass mal kurz schauen. Oh Gott. Funktioniert das? Nee. Das geht nicht. Oh nein. Das geht nicht. Okay. Das ist der Nachteil bei dem kleinen Traktor. Man kann den Flug nicht anschließen. Schade. 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 Okay, Leute. Dann würde ich sagen, ist es soweit. Wir probieren den riesigen XXL Traktor aus. Alter. Guckt euch das an. Guckt euch das an. Das Monstrum. Alter. Das ist so groß wie eine Insel. Oh mein Gott. Alter. Ich weiß gar nicht, wie ich da einsteigen soll. Der ist ja noch viel, viel größer als sonst. Guckt es an. Das ganze Rad ist einfach so groß wie ein Haus. Oh Gott. Alter. Ich weiß nicht, ob ich das schaffe, da einzusteigen. Ich probiere es auf jeden Fall, Leute. Ich probiere es mal, da einzusteigen. Oh Gott. Hier irgendwie am Rad hochklettern oder so? Ich bin mir nicht sicher. Ich probiere es mal. Also hier irgendwie am Rad. Oh nee. Oh nee. Man kann, man kann glaube ich. Oh Gott. Ich kann einsteigen, Leute. Oh Gott. Ich bin drin. Oh mein Gott. Oh mein Gott, Leute. Alter. Alter. Die Kamera. Guckt euch das an. Ich sehe mich selber nicht. Oh mein Gott. Ich muss mal den Drohnenmodus hier anmachen. Guckt euch das an. Ich sitze jetzt drin. Wo bin ich? Wo bin ich eigentlich? Ich sehe mich selber nicht. Hä? Ich bin glaube ich im Traktor drin irgendwo. Aber ich sehe mich nicht. Ich bin doch eingestiegen. Oh mein Gott. Der ist so riesig, dass ich mich selber nicht mal sehe. Guckt mal. Ich bin auf jeden Fall. Ich fahre das Auto, oder? Den Traktor. Oh Gott. Wir geben mal Gas. Wir geben mal Gas. Okay. Ich versuche mal hier rauszukommen, Leute. Um mal ein bisschen Schwung zu holen. Okay. Oh mein Gott. Alter. Ist das heftig, der Traktor. Oh mein Gott. Oh Gott. Wir überfahren. Überfahren. Wir fahren ganz langsam. Guckt mal. Wir fahren ganz langsam. Wir können hier in die anderen Traktoren überfahren. Alter. So, Leute. Also ich hoffe. Oh, jetzt geht's. Guck mal. Jetzt geht's. Ich habe mal ein bisschen den Speed hier angekurbelt. Oh Gott. Wir überfahren alles. Wir überfahren. Oh mein Gott. Wir haben einen Traktor. Ah. Wir haben sie überfahren. Oh Gott. Der Riesentraktor rollt. Er rollt. Er rollt, Leute. Oh mein Gott. Er rollt auf jeden Fall. Er rollt sowas von. Oh mein Gott. Alter. Die Autos rasen jetzt auf jeden Fall auch alle. Oh Gott. Oh Gott. So. Neuer Versuch. Oh mein Gott. Leute. Wir rasen. Okay. Wir können fahren. Oh mein Gott. Guckt euch die an. Ich glaube, ich komme hier gar nicht durch, weil die ganzen Bäume im Weg sind. Oh mein Gott. Alter. Okay. Es geht. Guckt mal. Wir können fahren. Leute. Wir können fahren. So, Leute. Ich habe uns mal hier in die Stadt gebracht. Oh mein Gott. Wir können ein bisschen jetzt auf jeden Fall Gas geben und ein bisschen rumfahren. So. Lass uns mal anschauen. Wie sieht das Ganze aus? Weil hier unten sieht man gar nicht, wie ich eigentlich damit rumfahre. Guck mal. Oh mein Gott. Der Traktor ist in der Stadt. Alter. Der Traktor ist in der Stadt. Ich überfahre jetzt die ganzen Häuser. Oh mein Gott. Alter. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Die Gastraktor. Let's go. Das schaffst du. Das schaffst du. Alter. Ich fahre auf den hohen Platz zu. Oha. Oha. Alter. Ist der Traktor gigantisch. Ich sage es euch. Ist gar nicht so leicht mit dem hier rumzufahren. Oh mein Gott. Leute. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Alter. Alter. Ich fahre auf den Häusern drauf. Guck mal. Ich fahre einfach auf den Häusern drauf. Alter. Oh mein Gott. Der Traktor erstürzt. Er stürzt. Oh mein Gott. Nein. Alter. Was passiert da? Was passiert da? Oh mein Gott. Der Traktor hat sich verselbstständigt, Leute. Oh mein Gott. Alter. Der Riesentraktor. Oh mein Gott. Er fliegt. Alter. Er gibt Gas. Er gibt Gas. Alter. Oh mein Gott. Ich fahre einfach auf die ganze Häusern. Oh mein Gott. Was passiert da? Oh Gott. Ich fahre auf die Insel zu. Oh nein. Ich bin, glaube ich, stecken geblieben. Alter. Was ist da gerade passiert? Oh Gott. Irgendwie ist der Traktor manchmal so leicht wie Luft. Warum auch immer. So. Okay. Ich fahre auf jeden Fall ein bisschen voraus. So. Oh Gott. Ich komme hier rüber. So. Okay. Wir rasen auf die Insel zu, Leute. Okay. Wir fahren auf die Insel zu. Mal gucken. Komme ich da hoch? Oh mein Gott. Das ist krass mit dem Riesentraktor. Alter. Das bockt sich ja sowas von. Oh Gott. Ah. Nee. 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 Der Traktor kommt leider nicht hoch auf die Insel. Leider kommt er nicht hoch auf die Insel hoch. Aber wir können ja im Wasser fahren, Leute. Da haben wir auf jeden Fall jede Menge Platz hier. So. War das reinste Chaos, durch die Stadt zu fahren. Ey. Alter. Okay. Wir fahren jetzt einfach mal hier ganz entspannt. Ganz entspannt die. Schön im Wasser. Alter im Meer. Oh mein Gott. Da fährt der Traktor. Da fährt er. Oh Gott. Oh Gott. Ich sehe gar nichts mehr. Ich sehe gar nichts. Hilfe. Hilfe. Oh mein Gott. Ich bin einfach komplett unter Wasser. Alter. Guckt euch das an. Der Wobby dahinter. Oh Gott. Der hat es ja knapp überlebt hier. Junge. Ich umrunde einfach die Insel hier mit dem Riesentraktor. Alter. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Alter. Oh. Oh. Eine Sache müssen wir auf jeden Fall noch machen, Leute. Okay, Leute. Eine Sache müssen wir machen. Und zwar. Hier. Oh Gott. Wir sind jetzt auf dem Traktor mitten auf dem Berg. Alter. Guckt euch das an. Oh mein Gott. Alter. Der ist so riesig wie der Berg einfach. So. Wir versuchen jetzt noch einen letzten Jump. Okay. Wir versuchen jetzt mit dem Traktor hier rüber zu springen. Auf die Insel. Okay. Oh mein Gott. Ich weiß nicht, ob das klappt. Aber ich hoffe, der Anlauf reicht hier. Aber ich gebe mein Bestes. Okay. So. Also. Probieren wir jetzt mal auf die Insel drüben zu jumpen. Und Vollgas. Vollgas. Und wir springen. Wir springen. Oh mein Gott. Der Traktor fliegt. Er fliegt. Er fliegt. Oh mein Gott. Alter. Alter. Voll mit dem Rücken. Oh mein Gott. Oh Gott. Oh Gott. Wir sind auf jeden Fall drüben. Oh Gott. Alter. Wir kommen auf jeden Fall rüber. Wir kommen auf jeden Fall rüber. Zwar nicht so gedacht. Zwar nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Aber. Wir sind auf jeden Fall drüben. Guck mal. Der Traktor gibt Vollgas. So viel wie er kann. Okay. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Guck mal. Oh Gott. Der Traktor driftet richtig. Guck mal. Die Reifen drehen richtig krass durch. Alter. Und jetzt rasen wir über die ganze Insel. Oh mein Gott. Jetzt hält uns nichts mehr auf. Alter. Der Traktor eskaliert komplett. Oh mein Gott. Wir rasen durch die Insel durch. Alter. Also Leute. Ich würde sagen. Das war auf jeden Fall mal eine verrückte Folge hier. Oh Gott. Das war mal eine verrückte Folge hier mit Mini-Traktor versus XXL-Traktor. Wie findet ihr das? So. Schaut mal wie klein ich bin. Winzig im Vergleich zum riesigen Traktor. Oh mein Gott. Auf jeden Fall Leute. Das war auf jeden Fall eine mega Folge fand ich. Schreibt mir gerne in den Kommentaren was ihr als nächstes probieren soll. Welches Auto oder was auch immer soll ich als nächstes probieren. Und ja. Gebt auf jeden Fall einen Daumen nach oben. Und schaut euch das nächste Video hier an. Und ja. Wir sehen uns auf jeden Fall im nächsten Video Leute. Bis dahin. Macht's gut. Und ciao.